Wo bin ich denn hier? Hallo? Gerald? Also, ich find mich wieder überhaupt nicht so recht da und dann hustet da hinten so ein Mann. Hallo, Schwester? Schwester Beate? Wo bin ich denn hier eigentlich? Hallo? Die haben mich hier rausgesetzt, irgendwie. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ich weiß ja nicht, wo ich hier bin. Schwester Beate? Sie müssen mir doch meine Windeln noch wechseln. Hallo? Also, irgendwie haben die mich anscheinend vergessen. Ich hab mir da eine Zigarette angesteckt. Ich hab da gefunden. Schwester Beate, wo sind sie denn? Ach, wo habt ihr mich denn hier hingesetzt? Hallo, Schwester Beate? Also, weiß ich nicht. Das ist doch das Pflegeheim zu den drei Eichen, oder? Ich hab auch meine Mutter gesucht, aber finde ich auch nicht. Keiner mehr da. Ganz seltsam alles. Na ja, da werden wir mal aus der Situation das Beste machen, ne? Ach, und da dudelt so Musik? Hä? Da hier sind so ein paar Burschen. Äh. Schwester Beate? Hallo? Wo haben Sie mich denn hier hingesetzt? Na, sagen Sie, Sie wollten doch noch Windeln wechseln. Ich brauch eine frische Windel. Ich brauch eine frische Windel.